Hallo liebe Freunde was geht ihr sehr willkommen zu einem Video von meinem Kanal und ja ich habe eine neue Formatidee, also wir haben das Leute aus dem Teamwork gesagt, dass ich das vielleicht mal machen könnte und ich dachte immer so, ja das werde ich machen und zwar werde ich Zuschauerclips bringen, das heißt du kannst mir gerne Clips auf Discord schicken oder halt irgendwie Minecraft mich anschreiben oder mir auf Twitter schreiben oder Instagram, dass ihr Clips habt, ihr könnt es dann bei Discord oder irgendwie anders schicken auf jeden Fall, dass wir dann eben Community Clips haben in Minecraft oder so, damit wir dann eben halt nicht auch eben die Top 10 Zuschauerclips machen kann, ich glaube ich schon so wie ich das meine, so wie die Top 10 CWW Clips und das heißt wie gesagt schickt dann eure Clips ein, ich hoffe wir kriegen das irgendwie hin und ja, würde mich sehr sehr freuen wenn ihr eure Clips irgendwie, Hilfe, einschicken, gut damit das alles in Ordnung Bro, wollt, also es kann wie gesagt Minecraft Clips sein oder halt kurze Clips, irgendwas in Minecraft oder keine Ahnung, das könnt ihr euch irgendwie selber überlegen, natürlich sind die Clips am besten, wenn ihr mir das also wenn ihr mir direkt die Aufnahme schicken könnt, von eurer Sicht, wenn ihr das nicht habt, sondern irgendwelche anderen coolen Clips habt, dann könnt ihr euch auch so schicken, dass ich die halt von außen anschauen, das heißt im Replay, dass wir das gemeinsam anschauen, müsst ihr auch noch auf ein Teams oder mich irgendwie anschreiben, ich habe kein Schwert gedroppt, danke Bro, wir fighten dabei gegen diesen Typen, wie ihr sonst, wie gesagt, Minecraft ist gerade nicht so, also ich spiele gerade ein bisschen CWW, das ist ja nicht gerade ein bisschen zu kotzen, wenn man da ohne Cheaten eigentlich fast nichts machen kann, aber das ist eigentlich egal, deswegen werde ich mir gerade ein bisschen eine andere Spiele suchen, also nicht nur Minecraft, sondern auch bald ein anderes Spielbringer, worauf ich Lust habe, hätte ich schon eins, als ich früher auch schon mal gespielt habe, und ja, so, ich bin gerade auch schon wieder in eine Runde reingeraten, wo ich die gar nicht spielen wollte, aber egal, jetzt war ich noch im Block, das freut mich sehr Schneewittchen, ähm, ja, ich hoffe, ihr habt Sabine überlebt, also sagen wir es würde stumpfen und jetzt auch mal noch Österreich heute, Bruder, dann schwert droppe ich die natürlich, das könnte ich dann noch so labern in meinem Video, ich weiß nicht so, was ich mir das eben ansprechen sollte, und in gewissen Tagen kann ich einfach kein Video aufnehmen, weil ich nicht frei reden kann, weil ich zu dumm dafür bin, und ja, dann würde ich sagen, wartet es mit diesem Video, dazu würde ich gerne eine Bewertung da, und natürlich kein Abo, dann würde ich sagen, haut rein, und sorry für dieses komische Video, und schickt gerne eure Tipps, dann bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!